Herzlich willkommen zu einem neuen, inspirierenden Video. In diesem Video werden wir gemeinsam eintauchen und erkunden, wie das Universum uns dabei helfen kann, Menschen loszulassen, die nicht mehr in unser Leben passen. Oft halten wir an Beziehungen fest, die uns nicht guttun oder uns in unserer persönlichen Entwicklung blockieren. Das Universum sendet uns jedoch subtile Zeichen und Botschaften, um uns darauf hinzuweisen, dass es an der Zeit ist, uns von diesen Menschen zu lösen und Raum für neue, positive Energien zu schaffen. Lasst uns nun tiefer in diese faszinierende Thematik eintauchen. Die Zeichen des Universums erkennen, die Bedeutung von Zeichen und Synchronicitäten. In unserer Welt existiert eine wunderbare Verbindung zwischen uns und dem Universum. Das Universum spricht zu uns in Form von Zeichen und Synchronicitäten. Diese Zeichen können sich in wiederholten Zufällen, aufschlussreichen Träumen oder intuitiven Eingebungen zeigen. Das Universum möchte uns damit etwas mitteilen und uns den Weg weisen. Indem wir diese Zeichen erkennen und interpretieren, können wir verstehen, wann es an der Zeit ist, jemanden loszulassen. Die Rolle der Intuition Unsere Intuition ist ein kraftvolles Werkzeug, das uns bei Entscheidungen unterstützt. Sie ist die innere Stimme, die uns führt und uns sagt, was für uns richtig ist. Wenn wir lernen, auf unsere Intuition zu hören, können wir die Zeichen des Universums besser verstehen und erkennen, ob es an der Zeit ist, jemanden loszulassen. Durch regelmäßige Meditation, Achtsamkeitsübungen und das bewusste Wahrnehmen unserer Gefühle, können wir unsere Intuition stärken und sie als verlässlichen Wegweiser in unserem Leben nutzen. Anzeichen dafür, dass du jemanden loslassen solltest. Unvereinbarkeit und Wachstum Im Laufe unseres Lebens entwickeln wir uns weiter und verändern uns. Manchmal geschieht es, dass wir uns in verschiedene Richtungen entwickeln als die Menschen, die uns umgeben. Wir können feststellen, dass unsere Werte, Interessen oder Lebensziele nicht mehr mit denen einer bestimmten Person übereinstimmen. Das Universum sendet uns möglicherweise Zeichen, um uns darauf hinzuweisen, dass es an der Zeit ist, diese Person loszulassen, um Platz für neue Begegnungen und Möglichkeiten zu schaffen, die besser zu unserer persönlichen Entwicklung passen. Negative Energie und Toxizität Manchmal finden wir uns in Beziehungen oder Situationen wieder, die von negativer Energie oder Toxizität geprägt sind. Diese Beziehungen können uns belasten, uns emotional auslaugen und uns daran hindern, unser volles Potenzial zu entfalten. Das Universum kann uns Zeichen senden, um uns auf diese giftigen Beziehungen aufmerksam zu machen und uns zu ermutigen, uns von ihnen zu distanzieren. Es ist wichtig, unsere eigene mentale und emotionale Gesundheit zu schützen und uns in einem Umfeld aufzuhalten, das uns positiv beeinflusst und uns wachsen lässt. Das Universum als Spiegel Das Universum agiert manchmal als Spiegel, der uns Menschen präsentiert, die uns wichtige Lektionen lehren sollen. Sobald wir diese Lektionen gelernt haben, kann es sein, dass das Universum uns signalisiert, diese Person loszulassen. Diese Menschen haben ihren Zweck erfüllt und es ist an der Zeit, uns weiterzuentwickeln und unseren Weg fortzusetzen. Das Universum wird uns neue Begegnungen schenken, die uns auf unserem Weg unterstützen und weiterbringen. Den Prozess des Loslassens unterstützen Selbstreflexion und Akzeptanz Der Prozess des Loslassens beginnt mit der Selbstreflexion. Wir müssen uns ehrlich mit uns selbst auseinandersetzen und unsere eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Grenzen erkennen. Es ist wichtig, uns selbst anzunehmen und zu akzeptieren, dass manche Beziehungen oder Situationen nicht mehr förderlich für unsere persönliche Entwicklung sind. Indem wir uns selbst liebevoll annehmen und unsere eigene Wachstumsreise anerkennen, können wir den Prozess des Loslassens erleichtern. Praktische Schritte zum Loslassen Das Loslassen ist ein aktiver Prozess, der konkrete Schritte erfordert. Es kann hilfreich sein, offene Gespräche mit der betreffenden Person zu führen und unsere Gefühle und Bedürfnisse zu kommunizieren. Manchmal kann es auch sinnvoll sein, professionelle Unterstützung von Therapeuten oder Coaches in Anspruch zu nehmen, um uns bei diesem Prozess zu begleiten. Zudem können Abschiedsrituale uns helfen, emotionalen Abschluss zu finden und uns dabei unterstützen, die Verbindung zu dieser Person loszulassen. Vertrauen in den Prozess Das Loslassen ist ein individueller und einzigartiger Prozess. Es braucht Zeit und Geduld, um alte Bindungen zu lösen und Raum für Neues zu schaffen. Es ist wichtig, Vertrauen in den Prozess zu haben und zu wissen, dass das Universum uns auf unserem Weg begleitet. Auch wenn es manchmal schwerfällt, dürfen wir uns darauf verlassen, dass das Loslassen uns letztendlich zu neuen Horizonten führen wird. Vertrauen wir darauf, dass das Universum uns stets den richtigen Weg weist. In diesem Video haben wir erkundet, wie das Universum uns dabei helfen kann, jemanden loszulassen, der nicht mehr in unser Leben passt. Wir haben die Bedeutung von Zeichen und Synchronicitäten betont, die uns auf den richtigen Weg hinweisen. Wir haben über die Rolle unserer Intuition gesprochen und wie wir sie stärken können, um die Zeichen des Universums besser zu verstehen. Des Weiteren haben wir Anzeichen beleuchtet, die uns signalisieren, dass es Zeit ist, jemanden loszulassen. Zudem haben wir praktische Schritte zur Unterstützung des Loslassens besprochen. Denkt daran, dass das Universum uns auf unserem Weg begleitet und wir stets auf positive Veränderungen vertrauen dürfen. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren inspirierenden Videos zu verpassen. Ich danke euch von Herzen für eure Zeit und euer Vertrauen. Möge das Universum euch auf eurer Reise des Loslassens begleiten und euch zu einem erfüllten und freien Leben führen. Danke und bis zum nächsten Mal. Möge das Universum euch Möge das Universum euch